Essen und Trinken in Sachsen Sachsen ist bekannt für süße Speisen, kein anderes deutsches Bundesland steht derart für Kuchen und Torten. Das wohl berühmteste Gebäck aus Sachsen ist der Dresdner Stollen. Doch das Land bietet noch mehr kulinarische Spezialitäten, vom Lausitzer Leinöl, über die Vogtländischen Karpfen zu den Wickelklößen oder dem bekannten Leipziger Erlalai. Nicht zu vergessen sind der sächsische Wein und die Leipziger Gose, einer alten Biersorte nach obergäriger Brauart. Gerichte Er ist im Gegensatz zum rheinischen Sauerbraten ohne Rosinen und auch nicht vom Pferd. Ein Sauerbraten ist geschmorter Braten, dessen Fleisch, durch mehrtägiges Marinieren in Essigwasser mit Gewürzen, vorbehandelt wird. Die Soße wird mit einem Gewürzkuchen, Soßenlebkuchen, gebunden, der dem Sauerbraten seine eigene Note gibt. Als Beilage gibt es Klöße und Rotkohl. Er wird mit Gewiegtem zubereitet, einer Mischung aus Schweine- und Rinderhackfleisch, außerdem kommen Weißbrot, Eier und Gewürze dazu. Der Braten wird meist mit Salz oder Bratkartoffeln und Soße serviert, oft gibt es auch Gemüse dazu. In Dresden gibt es ein Restaurant zum Wiegebraten, dort kann man ihn probieren. Sie wird in Sachsen nicht nur als Brotaufstrich gegessen, sondern auch als Hauptgericht, etwa mit Pellkartoffeln oder Kartoffelbrei und Sauerkraut. Bedeutet in Sachsen Grützwurst oder Tiegelwurst, die vom Darm befreit zu einer breiigen Masse erwärmt wird und typischerweise mit Sauerkraut und Pell oder Salzkartoffeln serviert wird. Ist dann meist eine Zentimeter dicke Scheibe Jagdwurst oder Bierschinken, paniert und mit einer Soße aus Tomaten mit Zwiebeln serviert. Als Beilage werden Kartoffeln, Kartoffelsalat, Kartoffelpüree, Pommes frites, Kroketten oder auch Nudeln gereicht. Ist gekochtes, ungepökeltes Bauchfleisch vom Schwein. Es wird gerne mit Sauerkraut und Kloß gegessen. Teichelmauke, Timpelmauke oder Tätschelmauke, ist ein Gericht besteht aus Kartoffelbrei, gekochtem Rindfleisch mit Brühe und Sauerkraut aus dem Oberlausitzer Bergland. Auf einem tiefen Teller wird kleingeschnittenes Fleisch gegeben, außen herum wird Kartoffelbrei so angeordnet, dass in der Mitte ein Loch bleibt. Dieses Loch stellt mit Brühe aufgefüllt den Teich dar. Zuletzt wird um das Fleisch Sauerkraut gelegt. Suppen Die sächsische Kartoffelsuppe ist eine deftige Suppe aus gequetschten Kartoffeln, Möhren, Sellerie, gewürzt mit Majoran. Häufig wird noch Wurst in die Suppe gegeben. Werden auch als Kutteln oder Piepen bezeichnet. Es handelt sich um eine mit Essig gesäuerte, leicht gebundene Suppe aus den in Streifen geschnittenen Mägen von Wiederkäuern. Sie ist eine Spezialität der Leineweber. Sie wird auf dem Oberlausitzer Leinewebertag in Seifennersdorf angeboten. Aber auch Vogtland wird sie als Holundersupp gegessen. Kartoffeln Wickelklöße sind eine Variante des Kartoffelklosses. Der aus GE rollte Klosteig mit Mehl und Ei wird mit angebratenen Semmelbröseln bestreut und gewickelt. Danach wird die Rolle in Kloßgröße geschnitten und die Wickelklöße anschließend in sie denn dem Wasser gegart. In Westsachsen bestehen Wickelklöße aus dem gleichen Teig wie Mehlklöße, nur wird die Teigmasse breiter ausgerollt. Der flache Klosteig wird mit Butter bestrichen und mit angebräunten Semmelbrösel bestreut. Danach wird der Teig zusammengerollt und in 10 bis 15 Zentimeter große Stücke geschnitten. Diese Wickelklöße werden dann 15 bis 20 Minuten gegart und danach gerne zu Sauerbraten oder Rouladen serviert. Im Erzgebirge werden zunächst Kartoffeln in der Schale gekocht und erst erkaltet geschält. Die geriebenen oder durchgepresste Kartoffeln werden mit Ei und Mehl zu einem Teig geknetet und mit Salz und Muskat gewürzt. Der Teig wird bleistiftdünn ausgerollt, wie schon beschrieben mit Butter und Semmelbrösel bestrichen und angerollt. Schließlich in Stücke geschnitten, die Enden werden zusammengedrückt und danach gegart. Gegessen werden die Wickelklöße zu Schmorgerichten wie Gulasch oder auch Kaninchenbraten. Stubbälle, oder Stubperler ist eine Variante der Kartoffelklöße in der Oberlausitz. Als Bambes werden im Vogtland die Kartoffelpuffer bezeichnet. Latschen sind eine weitere Art von Kartoffelpuffern aus dem Erzgebirge. Forellen Sie werden häufig mehliert als Forellemüllerin oder blau mit Salzkartoffeln oder auch geräuchert angeboten. Karpfen Sie werden meist blau im Essigsud mit Wurzelgemüse und Sahnemeerrettich angeboten. An Weihnachten ist der Weihnachtskarpfen sehr beliebt. Den Vogtländischer Karpfen isst man mit Rotkraut und Salzkartoffeln oder auch mit grünen Klößen. Die Soße besteht aus Möhren, Petersilienwurzel, Kohlrabi, Pourri, Rotenrübe, Sellerie und Brotrinde, gewürzt mit Pfefferkörnern und Lorbeerblättern. Sie wird in einem separaten Topf gekocht und dann püriert. Die gesalzenen Karpfenstücke schichtet man mit Butter in eine Kasserolle und gibt die Soße darüber. Nach einer Garzeit von 45 Minuten ist das Gericht servierfertig. Gebäcksachsen ist ein Paradies für Liebhaber süßer Speisen. Kein deutsches Bundesland steht derart für Kuchen und Torten, Kaffee und Kuchen ist für viele Kaffeesachsen eine notwendige Mahlzeit. Quarkkolchen sind gebratene Klößchen aus einem Kartoffelquarkteig mit Rosinen, Zucker und Zimt. Eine, Dresdner, Eierschecke ist ein dreischichtiger Blechkuchen, es gibt sie aber auch als Torte, der Geschmack ist der gleiche. Erst ein dünner Boden aus Hefeteig, dann eine Quarkpuddingschicht in der Mitte und zuoberst eine breite Schicht lockerer Eigelbcreme. Rosinen und oder Streuselzucker können dabei sein, gehören aber nicht unbedingt dazu. Der in Dresden geborene Schriftsteller Erich Kästner schrieb darüber, die Eierschecke ist eine Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist. Das Wort Schäcke hat übrigens weder etwas mit Schnecken noch mit geschäckten Tieren zu tun, sondern leitet sich wahrscheinlich von einem mittelalterlichen Kleidungsstück ab, vergleiche Englisch Jacket, das mit einem breiten Gürtel getragen wurde und deshalb ebenfalls drei Streifen hatte. Die Freiberger Eierschecke kommt im Gegensatz zur Dresdner Variante ohne Quarkschicht aus, der Legenden nach wurden sie entwickelt, als der gesamte in der Stadt verfügbare Quark zum Bau oder zur Ausbesserung der Freiberger Stadtmauer eingesetzt werden musste. Die süße Eicreme mit Rosinen kommt also direkt auf den Boden. Prasselkuchen ist eine weitere regionale Kuchenspezialität aus Sachsen und Schlesien. Er besteht aus Blätterteig, der glasiert und mit Konfitüre bestrichen sowie mit einer dicken Schicht Streusel bedeckt wird. Es gibt verschiedene Varianten, unter anderem mit Obst, Zuckerguss, Schokoladenglasur oder Zimtzucker. Eine Leipziger Lärche ist ein kleiner Mürbeteigkuchen, der mit Marzipan gefüllt ist. Sie erinnert von der Form an herzhafte Pasteten mit echtem Lärchenfleisch. Die früher zu Festtagen serviert wurden. Die Jagd auf die Singvögel wurde aber 1876 verboten und so erfanden die Leipziger Konditoren einen süßen Ersatz. Bei einem Leipziger Rebchen wird eine in Kärnten Dörrpflaume mit Marzipan gefüllt, in Bierteig gewendet und in heißem Öl ausgebacken. Die Rebchen werden in wenigen Leipziger Traditionsgaststädten, wie zum Beispiel im Kaffeehaus zum Arabischen Kofferbaum oder Kaffee-Kandler angeboten und dort heiß gegessen. In der Inmeißen kann man den Meißner Fummel probieren. Ob man ihn im Stück nach Hause bringt, könnte man ausprobieren, der Fummel ist nicht versandfähig. Die wohl berühmtesten Weihnachtsspezialität aus Sachsen ist der Dresdner Stollen. Als Produkt mit geschützter geografische Angabe darf er nur im Großraum Dresden hergestellt werden. Dresdner Stollen dürfen nicht in Formen gebacken werden. Auch die Zusammensetzung ist festge- Zutaten Lausitzer Leinöl ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Eine Lausitzer Spezialität ist es, Brötchen in Leinöl und Zucker zu dunken, oder Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl zu essen. Bautzner Senf ist weit über die Bautzner Region hinaus bekannt. Er gibt die Varianten mittelscharf und scharf. Ihm wird die Geschichte des Bautzner Senf in mehreren Vitrinen gezeigt und es gibt eine Senfmühle aus dem letzten Jahrhundert. Senf probieren und kaufen kann man auch. Schieböcker Käse ist ein spezieller Kochkäse aus dem Erzgebirge, der aus Harzer Käse, Sahne oder Butter, Bier, Salz, Pfeffer und Kümmel hergestellt wird. Ihm in Albenstock kann man den Schieböcker Käse probieren. Wein Das Weinbaugebiet Sachsen ist mit weniger als 500 Hektar eines der kleinsten Weinbaugebiete Deutschlands. Wobei auch Weinlagen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg dazu gezählt werden. Es zieht sich an der Elbe entlang von Pirnafluss abwärts bis etwa zu den Weindörfern um die Spaseuslitz. Es werden hauptsächlich weiße Rebsorten angebaut, etwas Sekt produziert, sowie wenige Flächen sind mit roten Weinsorten bepflanzt. Der Goldriesling ist eine Weißweinsorte, die nur in Sachsen in nennenswertem Umfang angebaut wird. Die Sachsenkeule ist eine Weinflasche mit spezieller Form, die nur im sächsischen Weinbaugebiet verwendet wird. Das Weingutschloss Wackerbart in Radebeul stellt Sekt im Wege der klassischen Flaschengärung her, also der gleichen Methode, die auch bei Champagner zur Anwendung kommt. Bier Leipziger Gose ist eine alte Biersorte nach obergäriger Brauart, wo neben der alkoholischen Gärung noch eine weitere, eine bakterielle Milchsäuregärung stattfindet. Deshalb gibt es den typischen säuerlichen Geschmack, ähnlich dem der Berliner Weiße. Eine weitere Besonderheit besteht im Zusatz von Salz und Koriander. In Leipzig wird Gose wieder nach alter Rezeptur gebraut. Trinken kann man sie in der Gosenschenke ohne Bedenken, oder mit hauseigener Gosebrauerei im Bayerischen Bahnhof. Aber auch in anderen Gasthäusern in und um Leipzig ist sie auf der Karte zu finden. Das muss je Ende Bier kann man pur trinken, oder Mit Siruprot oder Grün Mit Kirschlikör Mit einem Kümmellikör Mit Kura-Kau Mit Bananen oder Erdbeersaft Insgesamt kann Sachsen als ein Bierland bezeichnet werden. Neben Standardbilsnern wie Radeberger, Raum Dresden, Wernesgrüner, Vogtland, Freiberger, Sternquell, Plauen, Urkrostitzer, Raum Leipzig, Einsittler, Chemnitz, oder Landskron, Görlitz, und der Billigmarke Sternburg Export aus Leipzig, gibt es auch eine Vielzahl kleinerer Brauereien mit eigenen Bierkreationen. Zum Beispiel Meissner Schwerter, Braustolz aus Chemnitz, die Privatbrauerei Blechschmidt aus Treuen im Vogtland mit ihrem Treunerbock oder die Brauereis Wönitz im Erzgebirge mit dem rot-blonden Feier-Ond-Bier. Schnäpse und Liköre Alaschkümmellikör Reunitzer Schwarzbeerlikör Mit 20% Alkohol Der Dresdner Stollenlikör Ist nur in der Weihnachtszeit erhältlich Alkoholfrei Getränkesaft von zahlreichen lokalen Mostereien Am besten von Streuobstwiesen Kulinarischer Kalender Kulinarische Genüsse sind häufig saisonal Obst und Gemüse sind schmackhafter wenn sie reif geerntet werden Auch Fleisch und Fisch unterliegen saisonalen Einflüssen Zu jeder Jahreszeit werden Feste gefeiert, die den Genuss allgemein zum Thema haben oder bestimmte Nahrungsmittel in den Vordergrund stellen Es gibt auch Trink- und Essgewohnheiten im Jahreslauf, die aus religiösen Traditionen, wie Fastenzeiten, entstanden sind März Am 3. Sonntag im März wird in Seifennersdorf in der Oberlausitz der Oberlausitzer Leinewebertag gefeiert, mit der Spezialität Holunderbiersuppe April die Spargelsaison beginnt je nach Bodentemperatur Anfang bis Mitte April Traditionell wird am 23. April der Tag des Bieres gefeiert, denn an diesem Tag im Jahr 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert Es gibt in vielen Orten Veranstaltungen zum Thema Bier, deutscher Brauerbund Mai Spargelsaison Juni die Spargelsaison endet am Johannestag, dem 24. Juni Von Mitte Juni bis Mitte Juli findet das Oberlausitzer Genussfestival statt Eine Vielzahl Restaurants in der Region bieten Stubperle, Klöße, mit Speck und Sauerkraut an Juli Von Mitte Juni bis Mitte Juli findet das Oberlausitzer Genussfestival statt Eine Vielzahl Restaurants in der Region bieten Stubperle, Klöße, mit Speck und Sauerkraut an September-Weinfeste werden an verschiedenen Wochenenden in den Weinanbaugebieten in Radebeul, Meißen, Koswig etc. gefeiert Oktober Horstseefischen in Wermsdorf Feierliches Abfischen der Karpfen mit Walder Fischkönigin Üblicherweise am zweiten Wochenende im Oktober Dezember Im Adventwirt wird seit 1434 regelmäßig auf dem Altmarkt in Dresden der Dresdner Striezelmarkt veranstaltet Er ist bekannt für Dresdner Stollen, Pfefferkuchen und Pflaumentoffel Am Sonnabend vor dem zweiten Advent findet das Dresdner Stollenfest statt Ein etwa vier Tonnen schwerer Riesenstollen wird gebacken und es gibt die Stollenprozession einem Festumzug der Dresdner Konditoren und Bäcker Rezepte Wer Lust hat, auch einmal zu Hause sächsische Küche zu genießen, der findet die entsprechenden Rezepte im Unter Viel Spaß beim Nachkochen